Starke Stilling, Aulenklaassen drückt ihn durch die Reuse mit Foul. Tolle Offensivaktion. Boom, Maupé von oben. Iago gegen Jones. Iago, drei Meter hinter der Dreierlinie, dieser Iago. Was erlaubt er sich? Freige Lockdown-Bahn. Stark von Watts. Über die Baseline. Theodor zum Korb. Was für ein Play, was für ein Angriff. Der Frankfurter und wieder Kuck mit dem Dunk. Das Match für Hawkins gegen Hund. Da kommt die Hilfe. Gut gelöst. Aber der Block von Griffin. Not in my house. Der war richtig schön weggeschmettert, das Ding. Go-Screen von Mönchhoff. Hammonds für drei für den Sieg. Rayshawn Hammonds trifft den Dreier im WG. Göttingen gewinnt dieses Spiel. Rayshawn Hammonds trifft den Heiko. Oh, Ekliju war abgeschlossen vor Cook. Wuhu. Tolles Anspiel. Und dann powert er ihn rein. Boah, Schlag vom Procida und hebt ab, fliegt 360. Mit der Zunge raus sehen wir selten in der Halle. Procida zeigt's gegen Rostock. Der Binder bekommt den Ball. Cherry, Cherry, Cherry. Will Cherry. Und jetzt ist wirklich aus. Will Cherry zum Sieg. Wow, was ein Finish. Wow, 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 wow. Riesensieg. Will Cherry hier mit diesem dicken Ding. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.